Ja, kannst mal sehen, wenn man im Supermarkt vor dem Marmeladenregal steht, dann sind ja mittlerweile 20 Meter mit tausend unterschiedliche Gläser da. Ja, dann hast du Auswahl. Ja. Na, mich macht das fertig. Das gibt ja noch 120 verschiedene Aprikosenmarmeladen und braucht kein Mensch sowas. Ja, und Hagebuddel mit Hiffenmark, oder wat? Was hat denn? Ja, aus der Hiffe, oder? Ja, wenn das freie Marktwirtschaft ist, dass man sechs Stunden vor dem Marmeladenregal steht, dann gute Nacht. Früher gab es noch die Drei-Sorten-Regel. Mit einer Sorte für den einen, eine für den anderen und eine, um mal was anderes zu haben. Wie jetzt drei Sorten? Ja, es gab immer drei von eins. Bei Eis, Schoko, Vanille, Erdbeer. Das kriegst du heute kaum noch. Bei Bier, Pilz, Export, Dunkel. Schwarzbrot, Weißbrot, Graubrot. Fertig. Ja, aber... Ja, nix aber. Cola, gelbe Brause, weiße Brause. Dackel, Spitz und Schäferhund. Und das war's. Und nicht diesen ganzen Killefett. Fleisch, Mann, mehr Clean und Tricks. Danke, Franz. Schön gesehen. Gerne. Super, normal und Diesel. Und nicht dieses ganze Durcheinander. Franz. Also jetzt drehen Sie gleich beide durch. CDU, SPD und FDP. Und im Fernsehen erstes, zweites, drittes. Drei Sorten. Mehr braucht der Mensch nicht. Volksschule, Mittelschule, Oberschule. Fertig. Rechnen, schreiben, lesen. Und das reicht bis heute. Allein schon. Geh euch. Gas, Wasser, Strom. Von eines Stadtwerke und fertig. Heute hast du ne Verwirrung, die bringt dich zur Verzweiflung. Ja, äh, nee. Hm, äh. Na ja, also, im Hackbereich hat sich doch ja nix getan, ne? Also du hast ja Rinderhack, Schweinhack und Mischhack. Ja. Siehste, das zeigt ja, dass es geht. Na? Rätsel fertig, Franz? Ich brauch noch Fluss zur Seine. Zu wen, Seine? Ja, da steht hier nix von. Rätsel. Rätsel. Säden. Ja. Ja. Ja.